Hallo, das ist die Mailbox von Hanna Nowak. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich rufe gerne zurück. Hallo, Carla hier. Es ist schön, deine Stimme zu hören. So weit ist es schon. Ich flirte mit deiner Mailbox. Hanna, ich vermisse dich. Wir müssen uns unbedingt bald sehen. Hanna, wenn du das hörst, dann bitte zurück, ja? Danke. Hallo, Carla hier. Es ist schön, deine Stimme zu hören. So weit ist es schon. Ich flirte mit deiner Mailbox. Hanna, ich vermisse dich. Wir müssen uns unbedingt bald sehen. Hanna, wenn du das hörst, dann bitte zurück, ja? Danke. Hanna, ich vermisse dich.